Hier präsentieren wir die 5 beste Mate-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Bio-Mate Tee 1 kg Mateblätter pur frisch und grün fair. Da dieser Mate-Tee neu ist, enthält er mehr Antioxidantien als Mate-Tees, die bereits konserviert wurden. Die Blätter der Ka-Mate-Mate-Bäume sind weniger säurehaltig als die von Mate-Bäumen aus Monokulturen, die ständig der direkten Sonne ausgesetzt sind, weil sie im Schatten anderer Bäume wachsen. Der Mate-Tee kann warm oder kalt getrunken werden, mit einer französischen Presse, einem Teesieb oder, ganz klassisch, mit einer Bombilla. Unser Mate-Tee wird, ohne den Einsatz von Pestiziden angebaut, es werden keine Bäume für den Anbau von Monokulturen abgeholzt, und die Verpackung ist frei von Plastik. Nummer 4. Fiatur-Eherba-Mate, Naturell Energy Drink. Die südamerikanische Pflanze Mate ist von Natur aus energiereich und bietet einzigartige gesundheitliche Vorteile. Sie ist von Natur aus koffeinhaltig, enthält mehr Antioxidantien als grüner Tee und ist eine gute Quelle für wichtige Vitamine, Mineralien und Aminosäuren, die Ihnen helfen können, wach und produktiv zu bleiben. Jedes Getränk enthält die gleiche Menge natürlich vorkommenden Koffeins wie der beliebteste Energy Drink oder eine Tasse Kaffee 80 Milligramm. Wir beziehen unsere Energie aus Erbamate, die auf natürliche Weise geerntet wird. Jedes verkaufte Getränk trägt zur Erhaltung der natürlichen Lebensgemeinschaften, Tiere und Pflanzen des Regenwaldes bei. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Club Mate Mehrweg 20x 500 Milliliter. Dem koffeinhaltigen Mate Erfrischungsgetränk Club Mate wird Granatapfelsaft zugesetzt. Durch das Koffein im 500 Milliliter Glasbehälter schmeckt es angenehm und hat eine anregende Wirkung. Neben dem Koffein werden nur natürliche Geschmacksstoffe, wie Theobromen oder Gerbstoffe aus der Matepflanze, verwendet. Das Erfrischungsgetränk ist somit alkoholfrei, laktosefrei, glutenfrei, vegan und vegetarisch. Echte Mate-Fans werden mit einer Flasche Club Mate wahrscheinlich nicht zufrieden sein, denn das Erfrischungsgetränk wurde nur auf Mate-Basis hergestellt. Nummer 2. Rosamonte Mate Tee 1er Pack 1x 1000 Gramm Für die Herstellung dieses Mate-Tees werden sowohl Pulver als auch Stänge verwendet. Aus diesem Grund hat er einen sehr starken, bitteren Geschmack und ist daher nur für Mate-Tee-Experten geeignet. Der Geschmack ähnelt dem von grünem Tee, ist aber etwas kräftiger, und eine Packung enthält entweder 500 Gramm oder 1 Kilogramm. Dieses vegetarische und glutenfreie Produkt wurde in Argentinien hergestellt. Mit den Pets ist die Zubereitung von Mate-Tee recht einfach. Für einen Liter nimmt man 12 Gramm Mate-Tee und lässt ihn etwa 5 Minuten bei 80 Grad ziehen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Mate-Tee Bio 500 Gramm De Öko 006 Mate-Blätter, Mate-Blattpulver und Mate-Blattstücke bilden diesen Bio-Mate-Tee. Der Hersteller garantiert, dass die Zutaten des Tees ganz frisch, grün, säurearm und luftgetrocknet sind. Aus diesem Grund enthält dieser Tee angeblich mehr Antioxidantin als herkömmliche Mate-Tees. Der Tee erhielt das Bio-Siegel gemäß der EG-Öko-Verordnung, da er ausschließlich aus Herber-Mate-Tee besteht, der unter kontrollierten, ökologischen Bedingungen angebaut wird. Außerdem wurden beim Anbau keine Pestizide eingesetzt und auch keine größeren Teile des Waldes abgeholzt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.